Marktüberwachung für sichere Produkte Hersteller dürfen Produkte nur auf den Markt bringen, wenn sie für den Verbraucher unbedenklich sind. Aufgabe der Bayerischen Gewerbeaufsicht ist es, eine möglichst hohe Marktsicherheit für Gebrauchsgüter zu gewährleisten. Zusammen mit den deutschen und europäischen Behörden bildet sie ein Sicherheitsnetz zum Schutz der Verbraucher. Wir möchten den Verbraucher mit unserer Arbeit unterstützen, zweifelhafte Produkte zu umgehen und Risiken zu vermeiden. Häufige Gefahren, die von Produkten ausgehen, sind Schnittverletzungen, das Verschlucken von Kleinteilen oder Inhaltsstoffe, die Ausschläge oder sogar Allergien auslösen können. Dabei kann der Preis eines Produktes ein Indikator für mangelnde Sicherheit und Gesundheitsrisiken sein, wenn er im Vergleich zu anderen Artikeln auffallend günstig ist. Grundsätzlich ist der Hersteller für die Sicherheit seiner Produkte verantwortlich. Für ein möglichst hohes Sicherheitsniveau berät die Bayerische Gewerbeaufsicht Hersteller. Und führt stichprobenartig Kontrollen durch. Zusätzliche Tipps und Informationen bietet die Bayerische Gewerbeaufsicht über das Verbraucherportal FIS Bayern.